Hey Leute, Bonus-Folge. Natürlich fahren wir hier runter. Was denkt ihr denn? Ich glaube, ich habe den Bus kaputt gemacht. Mama, die hat den Bus geschrottet. Halt es mal und ist weiter. Bitte? Ja, die, die nicht denken, dass ich nicht bescheuert genug bin hier. Ja? Ich meine, ich habe Rest Alkohol im Blut, ich habe Rest Silbibo im Blut. Natürlich heizen wir hier runter mit 50. Und wollen schauen, was passiert, wenn wir hier unten über diese Rampe springen. Nichts, schade. Naja, dann breitern wir einfach mal über die Map und gucken, ob wir noch irgendwas Wundervolles finden. Ja, sorry für das dumme Video, aber das musste sein. Das, 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 das konnte ich mir nicht nehmen. Oh, ich hebe ab. Äh, ich hebe nochmal ab. Ich zählt mich am hohen Boden. La, 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 la. Ich bin noch nie auf die Fresse geflogen. Ja, Australien. Ui. Oh, das war cool. Die Map macht ganz schön Spaß, muss ich sagen. Auch wenn's nicht so gedacht war. Aber ich benutze sie so. Ich mach mir die Map. La, 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 wie sie mir gefällt. Hä, schmied Biemann. St 화�� LED. Schnell counter. Ah, der Boden wurde nicht gut gebaut, ja. Also der Bus, der ist robust, bisher, ne? Ob Ost. Also der hat nicht ein Kratzer der Karre, ne? Verrückt, wie macht er das nur, also echt stark, was denn das, also ich habe gerade eben noch in der letzten Folge den Zitaro aus 1999, wie gesagt, alle aus der ersten Generation sind scheiße, aber guckt euch das an, der ist top, der Bus, er hat nicht einen Kratzer, nicht eine Beule, gar nichts, und die Lichter und alles gehen auch noch, das ist ja verrückt. Also meine Damen und Herren, ich verabschwimmig bei euch, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, schreibt in die Kommentare, ob euch diese bescheuerte Folge gefallen hat, wenn nicht, kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, ich überhole jetzt das Auto, in dem ich durchs fahre, ja, das ist deutsch, durchs, also tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren, äh, äh, tschüss.